Wir haben nach Kimbom, wir fahren jetzt am Mittwoch zum Lehrgang, Vorbereitung zu Paris. Wir werden die Übung jetzt so lassen und nicht schwieriger machen, aber auf jeden Fall an Sauberkeit kann man immer arbeiten. Also die ganze Veranstaltung war auf jeden Fall mega groß in Düsseldorf und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es so cool sein wird. Aber es war auch ein bisschen stressig, weil wir nicht so viel Zeit hatten, alles so genau auszuprobieren und angucken. Aber ein Teil, der mir so richtig gut gefällt. Ich glaube die schwarze Jacke, die Präsentationsjacke und auf jeden Fall das Muster, das große D hinten Rücken, gibt es auch beim T-Shirt, aber auch beim Jacken und das gefällt mir voll. Ich habe ganz viele Glücksbringer, die mir viele verschiedene Leute geschenkt haben und ich habe so eine Tasche, die ich dann immer in meinen Koffer einpacke. Also man spürt das Team, man spürt auch ein bisschen den Druck und wir sind für jeden da, falls jemand Panik kriegt. Also mach es weiter, falls ihr das, wenn ich komm, zumalte ich jetzt auch einmal. Und dann noch eine gute Dienste Zeit. Also sind wir eine gute Dienste Zeit, wenn wir nicht mehr auf jeden Fall einer weniger Zeit wollen. Und dann einfach die Dienste Zeit. Und dann gehen wir da F吹